Gerade diese Anordnung für Menschen, von denen wir wissen, dass sie infiziert sind, ist ja tatsächlich ein großes Risiko, gerade eben auch für ältere Menschen. Und ich finde, dass es eine Frage wirklich der Rücksichtnahme ist auf die eigene Umgebung. Und da bin ich auch der Meinung, dass wenn solche Quarantäne angeordnet wird, dass die auch einzuhalten ist.